Du weißt nicht mehr so genau, worum es in ETA Hoffmanns der Sandmann geht? Wir erklären es dir in zweieinhalb Minuten. Das ist Nathanael. Nathanael ist Student und bekommt eines Tages Besuch von dem Wetterglashändler Coppola. Das ist ein Schock für Nathanael. Und zwar, weil Coppola ihn an den Advokaten Coppelius aus seiner Kindheit erinnert. Der hat mit Nathanaels Vater immer alchemistische Versuche gemacht. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn Nathanael damals wegen der Erzählung seiner Kinderfrau nicht geglaubt hätte, dass Coppelius der Sandmann ist. Und der Sandmann ist eine Kinderschreckfigur, die Kindern die Augen raubt. Nicht so schön. Außerdem ist sein Vater bei einem der Experimente mit Coppelius umgekommen. Nathanael glaubt jetzt, dass Coppelius, also der Sandmann, in der Gestalt Coppolas wiedergekehrt ist. Klara, seine Verlobte, erfährt von der ganzen Sache durch einen falsch adressierten Brief, den Nathanael eigentlich an Lothar, das ist Klaras Bruder, geschrieben hat. Als Nathanael Klara besucht, versucht sie ihn mit rationalen Argumenten zu beruhigen. Kann ja gar nicht sein. Coppola ist gar nicht Coppelius. Das stellst du dir nur vor. Und so weiter. Nathanael ist von Klaras herzloser Reaktion enttäuscht und driftet immer mehr in dunkle Gedanken und Fantasien ab. Kurzfristig versöhnen sie sich zwar miteinander, aber als Nathanael wieder in seine Studentenstadt zurückkehrt, kommt nochmal Coppola zu ihm. Nathanael kauft ihm ein Perspektiv ab. Das ist so eine Art Fernrohr. Und benutzt es gleich. Im Nachbarhaus erblickt er Olympia, die vermeintliche Tochter des Physikprofessors Spallanzani. Nathanael verliebt sich in sie und verbringt viel Zeit mit ihr. Dabei merkt er gar nicht, dass sie, sagen wir mal so, ein eher starres Wesen ist, das nichts anderes als das Wörtchen Ach sagen kann. Als Nathanael sie wieder einmal besucht, trifft er auf Spallanzani und Coppola. Die streiten sich gerade um Olympia. Die ist nämlich gar kein Mensch. Ups. Sondern eine automatische Puppe. Deren Mechanik hat Spallanzani entwickelt und deren Augen Coppola. Nathanael findet das jetzt nicht so gut, dass seine Geliebte ein Maschinenmensch ist. Und wird wahnsinnig. Nach einiger Zeit aber scheint Nathanael vom Wahnsinn geheilt zu sein. Er will jetzt doch wieder Clara heiraten. Bei einem letzten Besuch in der Stadt schaut er aber auf einem Turm dummerweise wieder durch das Perspektiv. Er richtet es auf Clara und dreht wieder durch. Lothar kann Nathanael gerade noch davon abhalten, sie den Turm hinunterzuwerfen. Plötzlich erkennt Nathanael in der Menschenmenge vor dem Turm Coppelius. Das ist nun wirklich zu viel für ihn. Und er stürzt sich selbst den Turm runter. Für Clara ist das vielleicht auch besser so. Sie wird nach einigen Jahren mit einem anderen Mann glücklich werden.